Musik Ich war gestern an einem Konzert und ein Dude machte sehr gute Musik. Er hatte ein Lied über eine traurige Begebenheit von einem Baby, das explodiert oder gestorben ist. Ich kam nach dem Konzert mit dem Kleinen zu reden. Und ein Kollege fand, er macht auch Sachen, er hat morgen Auftritt und so. Er hatte mal eine Bitte über ein Baby aus einem Bössfenster zu werfen. Und ich habe nicht gerne die Position, wo ich da reingerückt werde. Es ist schwierig für das Brot zu argumentieren. Ja schon, aber nur böse Babys. Ja, ihr seht den Ansatz nicht.